Den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. Ja! 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 Hau hervor! Oh oh, sie sieht uns an. Was hat sie gesagt? Was? Oh, sorry, Sir. Niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? War die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. Ah. Und? Riley, wie war die neue Schule? Ich will das doch nicht wahr sein. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten observiert. Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist alles in Ordnung? Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön, ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen. Nein, kein Machtwort. Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton, Alter. Nein, 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 nein. Ruhig atmen. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. Sir, melde hohe Aggressionsschwerte. Höchste Alarmbereitschaft. Alarmstufe hoch. Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Paps? Ja? Weißt du, weißt du... Machtwort vorbereiten. Schlüssel auf Sicherheitsposition. Bereit zum Start. Auf Ihr Kommando, Sir. Oh Mann, nerv mich nicht. Feuer. Jetzt reicht's. Auf dein Zimmer. Machtwort gesprochen. Machtwort gesprochen. Ja, gute Arbeit, Chapman. Haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Komm, flieg mit mir, Gachinia. Komm, flieg mit mir, Gachinia. Komm, flieg mit mir, Gachinia. Komm, flieg mit mir. Komm, flieg mit mir. Komm, flieg mit mir. Komm, flieg mit mir.